Leute, nach dem größeren Abverkauf beim Bitcoin, genauso beim Ethereum, haben wir jetzt ein wenig Struktur in den Markt bekommen. Doch jetzt steht Bitcoin kurz davor, ein extrem wichtiges Signal hier auszulösen. Wie es jetzt weitergehen könnte, ob wohl möglich noch eine weitere Korrektur folgt, das Ganze besprechen wir in diesem Video. Außerdem schauen wir uns auch kurz Ethereum ein, denn dort wird es gerade auch wirklich extrem brenzlig. Zusätzlich habe ich für euch noch On-Chain-Analysen hier vorbereitet, die ebenfalls zeigen können, in welche Richtung wir uns in den nächsten Tagen bewegen könnten. Also bleibt hier unbedingt bis zum Ende dran. Wir starten hier direkt mit dem Bitcoin, erstmal hier auf dem 1-Stunden-Chart. Auf dem 1-Stunden-Chart sehen wir, nachdem wir hier diesen riesen Abverkauf hatten, dass wir hier ein wenig Struktur reinbekommen haben. Wenn wir uns das Ganze hier anschauen, haben wir hier einmal so eine Art abfallenden Widerstand hier auf dem 1-Stunden-Chart. Diesen testen wir gerade hier an, wurden hier jetzt auch mit der letzten Candle hier rejected. Wir sehen hier mehrmals Rejection von dieser abfallenden Widerstandslinie. Das heißt, hier könnten wir sagen, ja so eine Art, ja doch, wir könnten sagen, so eine Art Descending Broadening Wedge würden wir hier formen. Das heißt, wenn wir hier es schaffen, diesen Breakout nach oben hin zu schaffen und hier einen erfolgreichen Retest sehen, wäre unser technisches Preis zählt hier bei ca. 20.700 US-Dollar. Natürlich nur, wenn wir diesen abfallenden Widerstand nach oben hin durchbrechen. Das Ganze wird nochmal interessant, wenn wir uns die größeren Timeframes anschauen. Hierzu switche ich einmal hier auf den Daily, denn hier wird es gerade wirklich sehr, sehr interessant. Wir hatten ja dieses Ascending Right Angle Broadening Wedge schon in den vorherigen Videos besprochen. Und das Interessante bei diesem Pattern ist, dieses Pattern ist in der Regel ein bearishes Pattern. Da wir nämlich aus einem Downtrend hier runter in dieses Pattern kommen, ist dies Ganze ein bearishes Pattern. Wir sehen hier, dass wir an dieser roten Box hier unseren wichtigsten Support-Bereich haben. Und es sieht auch so aus, als ob Bitcoin diesen Support-Bereich nochmal an dieser Stelle nochmal antesten wird. Sollte dieser Support brechen, dann werden wir definitiv meiner Meinung nach hier noch eine weitere Korrektur sehen. Warum das Ganze? Denn wenn wir uns auch einmal unseren MACD anschauen, sehen wir, dass wir hier kurz davor sind, ein bearishes Crossover bei unserem MACD auf dem Daily Chart zu sehen. Ich vergrößere euch das Ganze nochmal, damit wir das ein wenig hier besser sehen können. Denn hier an dieser Stelle sehen wir, wie gesagt, dass wir hier kurz davor stehen, ein bearishes Crossover bei unserem MACD zu sehen. Und ich denke, sollte dieser Support hier brechen, dann werden wir hier auch final dieses bearishes Crossover sehen. Und dann könnten wir hier nochmal eine weitere Korrektur sehen. Denn wenn wir uns das Ganze hier anschauen, das letzte Mal hatten wir ein bearishes Crossover exakt an dieser Zone. Sehen hier bearishes Crossover, Bam, Korrektur runter auf diese Support-Zone. Und wo dieser Support gehalten hat, hatten wir wieder ein bodisches Crossover, Bam nochmal mit dem Preis nach unten. Und sollten wir diese Zone jetzt nach unten durchbrechen, dann werden wir hier ein bearishes Crossover reinbekommen. Und wir könnten hier nochmal mit einer weiteren Korrektur beim Bitcoin rechnen. Das Einzige, was uns jetzt erstmal langfristig retten könnte, kurzfristig, wie gesagt, sieht es gerade nicht wirklich sehr, sehr bullisch aus für den Bitcoin, wenn ich ehrlich bin. Denn wenn wir uns auch die On-Chain-Daten anschauen, sehen wir, dass hier gestern war das glaube ich eine Menge von circa 10.400, von über 10.000 Bitcoins hier von den Minern auf die Spot-Exchanges geschickt wurden. Wir sehen hier einen massiven Spike von Bitcoins, die von den Minern natürlich auf die Spot-Exchanges geschickt wurden. Und was wollen Miner in der Regel mit den Bitcoins auf den Spot-Exchanges natürlich verkaufen, um ihre Energiekosten zu decken, um ihre laufenden Kosten zu decken. Und das ist meiner Meinung nach der einzige Sinn, den wir hier haben. Wir sehen auch zuvor, dass wir nicht immer, aber in den meisten Fällen, wenn wir einen Spike gesehen haben, hier hatten wir zum Beispiel einen Spike und erst kurz darauf die Korrektur. Das heißt, nicht immer verkaufen die Miner direkt, sondern man wartet, die warten in der Regel auch etwas. Natürlich nicht immer der Fall, hier sieht man zum Beispiel ebenfalls einen Spike, der angeschossen ist. Allerdings haben wir hier keine großartige Korrektur gesehen. Hier haben wir aber trotzdem eine Korrektur gesehen. In der Regel, wie gesagt, sind diese Bitcoins dafür da, damit diese verkauft werden könnten. Switchen wir hier nochmal, wie gesagt, hier auf dem Bitcoin, auf dem Weekly-Chart. Das ist das bullische Szenario, was uns jetzt noch irgendwie hier aus der Klemme rennen könnte. Denn, wie gesagt, auf den kürzeren Timeframes sieht es momentan nicht so bullisch raus. Allerdings, hier auf dem Weekly-Chart ist Bitcoin immer noch dabei, hier ein W-Pattern zu formen, einen doppelten Boden. Das Ganze ist ein Reversal-Pattern, das heißt, wir kommen mit einem Downtrend runter, haben hier einen doppelten Boden. Dieses erste Tief muss tiefer sein als das zweite Tief oder das zweite Tief höher ebenfalls als das erste. Und dann ist es valide. Noch ist dieses Pattern, mögliche Pattern natürlich, noch valide, denn es hat sich noch nicht ausgespielt. Wir haben hier diese Neckline, die in der Region von 24.300 bis 25.200 US-Dollar liegt. Diese Zone muss definitiv nach oben durchbrochen haben. Und dann könnten wir möglicherweise hier ein bullisches Reversal beim Bitcoin sehen. Deswegen switchen wir kurz auf Ethereum. Doch bevor wir mit Ethereum weitermachen, Leute, noch eine Information für euch. Ich hatte euch ja das Projekt WeSendit letztes Mal vorgestellt. WeSendit ist eine Plattform, könnt ihr euch so vorstellen wie ein Cloud-Dienstanbieter wie Google Drive. Nur dezentralisiert. Es ist eine Firma, die schon seit mehr als 10 Jahren existiert und schon mehr als 3 Millionen Kunden in 150 verschiedenen Ländern hat. Und dieses Projekt hat jetzt eine Gold-Partnerschaft mit Tencent. Das heißt, Tencent macht hier das Marketing für WeSendit und das ist definitiv noch großartig. Video, wo ich das ganze Projekt noch etwas detaillierter erkläre, verlinke ich euch über diesem Video in der Infokarte. Dort könnt ihr nochmal draufklicken. Dort ist der Link auch zu WeSendit.io. Dort läuft noch aktuell der Sale. Ich glaube, die Soft-Cap wurde schon erreicht. Hard-Cap wurde noch nicht erreicht. Das heißt, hier habt ihr noch Chancen weiterhin vor dem Launch zu investieren. Wir machen jetzt direkt natürlich weiter mit Ethereum. Wie sieht es denn bei Ethereum aus? Bei Ethereum haben wir ebenfalls nach dem Merch jetzt. Der Merch war erfolgreich, was erstmal ein sehr, sehr gutes Zeichen ist. Ich habe nur ein wenig Bedenken beim Merch mit, um ehrlich zu sein, aufgrund der SEC. Denn die SEC sagt jetzt, alle Projekte, die Proof-of-Stake laufen, sind Security-Token. Und dementsprechend könnte es da nochmal regulatorische Probleme geben. Allerdings müssten wir dort nochmal abwarten. Natürlich, wie gesagt, der Merch lief problemlos ab. Was natürlich erstmal eine sehr, sehr gute Nachricht ist. Trotzdem haben wir hier einen weiteren Abverkauf nach dem Merch gesehen. Und hängen hier mit Ethereum in einer wichtigen, extrem wichtigen Zone. Denn wenn wir uns das Ganze hier auf dem Daily mal genauer anschauen, sehen wir, dass wir hier eine linke Schulter haben. Hier einen Kopf und hier eine rechte Schulter. Hier haben wir an dieser roten Box gekennzeichnet unsere Neckline. Das heißt, wir bilden hier ein Head-and-Shoulder-Pattern. Ein Head-and-Shoulder-Pattern ist in der Regel ein bearisches Pattern. Das heißt, wenn diese Neckline nach unten durchbrochen wird, diese Neckline war ein wichtiger Support zuvor, sehen wir. Die Neckline liegt in etwa bei circa 1400 bis 1450 US-Dollar. Das heißt, das ist eine sehr, sehr wichtige Zone für Ethereum. Wir schauen uns auch einmal hier das Preisziel an. Wir nehmen mal ein optimistisches Preisziel, legen es hier an die Neckline und sehen einen Preis von 889 US-Dollar. Definitiv ein Preis, der möglich ist, denn wir hatten schon zuvor hier, wie wir sehen, am 18. Juni diesen Weg runter bis auf exakt 880 US-Dollar. Das heißt, das Preisziel ist erstmal natürlich erschreckend von 1450 runter auf 890 US-Dollar. Auch hier auf dem Weekly-Chart hatten wir ebenfalls diese Zone besprochen, dass diese 2000 US-Dollar-Zone eine extrem wichtige Zone ist. Als wir diese nach unten durchbrochen haben, haben wir jetzt diese nochmal angetestet, wurden hier rejected. Und dementsprechend sieht es auch wirklich nicht sehr, sehr bullish bei Ethereum aus. Denn auch wenn wir hier die On-Chain-Daten anschauen, dann sehen wir hier nochmal einen massiven Spike an Anstieg für Ethereum, die auf die Exchanges geschickt wurden. Hier sollte man definitiv noch vorbereitet sein, dass hier gegebenenfalls nochmal zu einem Abverkauf kommen könnte. Also dasselbe wie bei Bitcoin. Warum schickt man denn Ethereum jetzt auf die Exchanges? Natürlich, um diese wohlmöglich zu verkaufen. Das war es schon mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir unbedingt ein Like da, abonniert diesen Channel und aktiviert die Glocke, damit ihr keine weiteren Updates verpasst. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Freitag und bis morgen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.